hallo herzlich willkommen zu den nuklea throne let's play von mir schulden wir das letzte mal haben wir ein bisschen mit dem kristallmann gespielt und diesmal werden wir ja ich bin mir gleich sicher wenn wir spielen werden nehmen einfach mal zufall ist gleich mal so laut so eine schlechte idee und da sind wir das war noch mal rechtlich rechtsweg war keine ahnung ich glaube das war der typ der rechtsweg werden schluss auf einmal rausgehauen hat aber dafür mehr schaden macht ganz cool müsst eigentlich ist doch eigentlich eine ganz gute sache beim machen machen oder weiß es gar nicht sollte ich bei euch getestet haben wie ist es bei nahkampf waffen ich glaube das war dann mehr schaden und dann ist danach der cooldown viel größer es kann natürlich sein dass ich jetzt irgendwie total quatsch aber so sieht es auf jeden fall aus so fühlt sich an keine ahnung ich bin überhaupt nicht sicher können wir mal nach kampf machen mit beiden und schauen wie groß der cooldown ist und uuuh live steal sehr sehr schön ach verdammt ich habe schon wieder keine zeit gedöns gemacht ja ich bin so ein idiot ich werde gleich mal kurz irgendwas holen wo ich die uhr sehen kann dann bin ich glücklich aber im moment lieber nicht nein fährt auf die hier okay ich mach ganz 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 kurz mal 3d ist dann dann müsste die uhr drin sein ja man macht sich schon von selber an ich glaube an ihn und so lange suchen wir schön andere machen das messt dachte da war ja okay keine ahnung was da jetzt genau war ich will es gar nicht wissen wo warum seit wann habe ich so viel mission hat alle die pop kann auch dass sie ganz schnell was ist wenn wir rechtswidrig damit machen nur einschluss okay einfach so gut hey was wollt ihr da unten auch verdammt das nein nicht der typ der kotzt soll alter was geht über pop kann dies jahr ist ja fast mit maschinen gern alter war da jetzt natürlich so sound das war doch sie sind überall ich habe das ist so dumm die waffe ist sieht so gut aus aber die überhaupt zu benutzen ist eine munitionsverschwendung und ich höre schon wieder diesen gescheuerten banditen und er hat sich da oben sein versteck gemacht so wie es aussieht aber alter wie wir den der match einfach raushauen das ist schon heftig also ganz ehrlich das geht richtig ab die pop kann aber es wird nicht mehr lange brauchen und unsere munition wird einfach verschwinden wenn wir so weitermachen ich meine eigentlich geht es aber ich weiß nicht wie viel von der munition also wie viel munition wir dazu bekommen haben was nehmen wir dann ja gut extra chest auch nicht wir haben immer noch mehr kampfwaffe die müssen wir auch noch irgendwie antworten ich habe hier illuminati dreieck das spiel wirklich so weit sind wirklich die waffe die prallt an bänden ab sehr schön nur zu schade dass ich nur 100 munition hat das ist so gut wie die einfach alles kaputt haut aber irgendwie auch ich weiß nicht was ich über die waffe denken soll dann warum rennig und dumme gehen rein so die job ist heute nicht schämen vielleicht gibt es ein problem mit der munition nicht so schlimm da unten ist die diskan hier hole ich mir einfach auch in die diskan verdammt gruselig ist und nicht mehr so stark dass es ihr wert ist die zu benutzen hat mal warum ich doch nicht da kann doch das war ich eigentlich und solche gegner meine munition verschwenden das gilt die nicht mal kannst auch mal sterben geht auch wo die rechte mit ist kann da würde ich nicht erst mal die hier sehr schön so ohne shotgun ja warte machen wir so die diskan ist mir zu gefährlich was nehmen wir dann ja langsam geht obwohl es auch nicht könnte bei dem zweiten boss ganz lustig sagen die haben die nicht genommen das habe ich gerade hat einen shotgun warum ist das wurde die eine diskan zu einer shotgun verwandelt weil ist der shotgun okay ich glaube ich habe das spiel bisschen verpackt wenn gut möglich und ich habe angst vor dem auto ich jetzt war ganz ehrlich vor solchen dingen kann ich doch keine angst haben warum soll ich für angst verkauft dingen haben die nicht da sind also falls ihr irgendwann so irgendwas hat sagt einfach dafür dass es explodiert das habe ich heute gelernt sehr schön ach man muss wenn ich der verdammten sniper tippen jetzt weiß ich wieder warum ich die nicht mag wir machen situation ich bin sehr glücklich über das alter dafür die griechen das ist halt öfters ist hat der patch ist gemacht hat und ist aufbekommen oder warum er ist schon keine ahnung wird es um ehrlich zu sein eigentlich sogar gerne wissen und cool was ja jetzt kommt noch nicht da was glaube ich ich glaube wir müssen noch eine links hier einzeln teil überstehen und dann geht es erst richtig ab vor allem da wir dann auch noch diese wundervolle waffe haben die sehr sehr viel hoffnung macht was ein warum bin ich so ein voll idiot so ein einfaches was ist ich was mit vergangen stehe jetzt nicht so richtig ach die waffe nein egal ob ich wenig munition hat aber wie sorgt nur dafür dass ich mich selbst verbrennen und man sollte sie nicht verbrennen das ist nicht so was hat es für ein geräusch als das alien geräusch dass die waffe gemacht macht hat weil ich will nicht warum macht das so komische gräuße ach das ist wahrscheinlich dass die energie sort nein warum musst du mir egal ich habe wieder voll die energie so jetzt aber nur fünf und das war es nicht muss es sein warte mal energie sort das braucht munition was dumm ist aber das erinnert mich an der waffe die sieht genauso aus wie die waffe und das erste spiel ist ja eine ich weiß nicht wie das spiel heißt aber gibt es noch ziemlich lustiges coole spiel nein warum bin ich so muss es sein warum mache ich sowas ich habe mich so leicht kaputten lassen egal wie du enden ja diesmal wir haben den super mein zerstören werden wir sie alle mit unseren gedanken aber es war ganz ehrlich ziemlich coole sache die sachen herzuholen so ich meine wir können gegner her und wir hatten was gibt es besseres sind doch keine bessere kombination des teils aber natürlich nicht bewegen über diese eigensinnigen gegenstände so was gibt es denn noch so schönes ihr kommt mal zu mir ich habe keine lust zu kommen spaß und dann würde ich den ersten floren hat drei schaden genommen es hat mich schämen ja gut mehr weniger gegner hat nicht hätte sie was soll ist alter viel zu viel es kann auch nicht sein das ist keine gute situation um ehrlich zu sein ihr holt einfach alle gegner ja das scheint eine schlaue idee zu sein naja stirbt das ist relativ easy gut das will ich gar nicht denn wir haben schon eine coole waffe und die ist bestimmt auch ganz cool so stirbt du viel so her damit warst du schon das war ein einfacher floor was machen wir uns als nächstes der trackball ist ziemlich nutzlos mit verdammt das ist nicht wirklich das allerbeste aber vielleicht rettet es uns ja wir haben in der heiligen schein über uns sollte es nicht andersrum sein erst wenn wir sterben sein haben also so halbwegs sterben und dass wir dann gerettet werden und dann erst in einem mehrmals gar ahnung ist vielleicht denke ich auch nur wieder zu viel oder oder zu wenig ich sollte oh verdammt warte was habe ich gerade gesehen was hat die gerade Angst gemacht ich muss gar nicht wissen oh ich kann den zu per ziehen zu uns warum mache ich sowas schaufel nein ich will keinen shovel das spiel habe ich auch noch gar nicht gefühlt fast gestorben ich bin so genug man noch ein hp und keine leichte möglichkeit zu halten kein lifestyle gefällt mir gar nicht aber wird schon irgendwie das ist ja der letzte gegner ist so kommt schon last mich warte mal wissen wir da bleibt was ist das worte ach so meine munition von der shotgun das macht sinn denke ich vielleicht vielleicht auch nicht nur zwei hp wirst du verarschen du kommst du machst hier nicht solche sachen okay verpiss dich zum glück haben wir den shotgun diesmal so eng räumen eigentlich ganz nützlich weil die gegner immer so nah ankommen und dann werden die saison weggefetzt weil auch so näher mal ist ob so einer schaden macht die habe ich gelesen ich wusste nicht mal dass ich lesen kann wer hätte das gedacht ich nicht wasser noch die andere wasser schildes maschinengewerb oder doch was war maschinengewerb richtig keine ahnung nein warum existierst du du so nahkampf sehr schön heute nahkampf würde sie sagen aber das habe ich dann vergessen zu sagen nein gut alles kommt noch mit jetzt bringt uns das ist gar nicht mehr so viel jetzt habe ich wieder so viel leben ganz aber gegner bundes von nicht der run macht sich tut sich ja auch nur da wird ganz schön jetzt sind die richtung worte mit eingefallen ich so stürmt waren wo begegnet sich die alle mehr und dann einmal so schlimm aber trotzdem setzen aber wie viele nackhaft gegner sind es eigentlich und warum ist die waffe so schlechter wird um alle würde sehr schön so will ich das sehen alle tot nur nein natürlich nicht für die gegner nur böse menschen soll sterben und gute Werte zu heißen was uns werden wir immer viel zu viele menschen wenn wir alle ersticken weil wir irgendwo der ganze macht fertig ja warum bin ich so ein video sehr schön oje warum feuer feuer ok getto eigentlich ich sollte wieder einfach ein bisschen sicherer zu spielen sage ich mal denn wenn man sicher spielt kommt man viel weiter in dem spiel es gibt nicht immer die möglichkeit sicher zu spielen und dessen dann die fiesen momente vielleicht wäre gegen diesen komischen wunsch der ist manchmal echt fies und der kommt ihr jetzt nein der kommt noch nicht stimmt das braucht noch eine weile bis er kommt haltet die assault rifle ist wie eine sniper oh gott ich habe gesagt das darf ich hasse diese nahkampf kurz warum existiert hier ich brauche noch mehr leben wann gibt die nur 2 hp die weht jetzt es ist normal dass die nur 2 hp geben und es ist neu und ich habe mich einfach dumm na weiß oje ah komm her du Hund so stirb 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 da war doch ich habe Angst dagegen zu gehen da war doch gerade noch ein auto oder habe ich das gesehen ich hoffe ihr habt es gesehen ich will nicht verrückt sein oh gott äh ich habe Angst was bringt mir das nächste oh total lebt noch nein oh oh feuer und tust mir das an ich sollte um ehrlich zu sein die schocker mitnehmen das nächste wert ist bestimmt stark es bringt mir aber nichts gegen manche gegner und feuer ist aufgehört ok es hat aufgehört nicht dass ich dir jetzt eingezogen werde werden dass das Feuer da ist das wäre ziemlich kacke so was nehmen wir dann ah verdammt na gut ah verdammt die mega die bessere oh zielgenauigkeit werbeschützung auch nützlich gewesen ah geh weg mal hier so viel geht auf einmal oh nicht nicht oh der hat uns fast wieder umgebracht dreckiger nackertfisser warum existieren solche Wesen wie kann es nur sein dass es so etwas gibt oh gott oh oh nein ich will bazooka grenade shotgun oh ich will die grenade shotgun ah oh gott oh ah ich schieße einfach stopp stopp ich hasse es ich hasse es es kann sowas nur passieren irgendwas ist wieder explosiert und da war das eine armbrust es wäre bestimmt eine richtig coole armbrust gewesen äh egal wir haben es versucht und irgendwie komme ich in letzter zeit nicht mehr allzu weit ziemlich demotivieren was soll das eigentlich man okay los zeig dich throw nuclear throw es zeigt sogar das komplette teil es ist nicht immer so aber mit dem schönen bild werde ich mich erstmal verabschieden bis zum nächsten mal warte mal wir sehen uns beim nächsten mal ciao 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 ciao